Howdy Partner, Alex hier. Zeit für mehr Alex Venture, Zeit für mehr The Witcher 3 Wild Hunt. Weiter geht's und ups, da lacht den letzten Wolf vom letzten Mal, den wir deutlich besser noch aufheben. Genau, da ist nämlich noch eine leckere Wolfslebe. Auch wenn das sehr seltsam klingt, es auszusprechen. Angeblich ist es ja lecker. Denn es heilt ja sein, obwohl es muss nicht lecker sein. Es soll nur die nötigen Vitamine und Nährstoffe beinhalten, um Geralt gut zu heilen, ne? Und das scheint es gut zu tun. Oh mein fucking Gott, das sind viele Gegner. Versteckter Schatz, okay. So, ein Wolf schon mal weniger und ich muss immer noch sagen, dass der Igni-Feuereffekt großartig aussieht. Auch das Verbrennen, wie lange hält denn das an? Bleibt der Busch jetzt verbrannt? Ne, nicht für ewig, als geht's kontinuierlich weg. Aber saugut gemacht, nichtsdestotrotz. Halt. Ja, der hat's schon auf mich abgesehen, das hab ich gemerkt. Okay. Ja, also, ich hab's mir quasi bis jetzt also mit dem immer wegrollen ein bisschen zu schwer gemacht. Weil ich damit meistens viel zu weit aus der Reichweite der Gegner bin. Und so komm ich jetzt viel leichter ran. Viel, viel leichter. Okay. Notizen eines Spions. Ich hab schon wieder was Neues. Ah, die Rüstungssets sind also hier. Gut zu wissen. Bis jetzt ist aber nichts kaputt, von daher alles gut. Stahlblech. Wo sind denn die Notizen hin? Sind hier nicht nur Notizen, sondern normalerweise, die ich gerade gefunden habe? Ach, hier. Ah, genau. Stimmt ja. Notizen eines Spions. 15. Tag der Observation. Sind wieder am Lager. Haben haufenweise Beute mitgebracht. Hauptsächlich Rüste und Waffen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. Nächster Tag. Vor Tagesanbruch kam ein Boot ins Lager. Gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truppe Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. Nächster Tag. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. Nächster Tag. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abgestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Da hier einer blutig rumliegt, tippe ich mal, dass das nicht funktioniert hat. Optima Marta. Ein bisschen Zwergenschnaps. Nochmal Zwergenschnaps. Ich finde es toll, wenn das ganze Suchen auch belohnt wird. Wow, da habe ich gut reagiert. Damn. So langsam gleichen meine Reflexe dem, wie es bei einem Hexer sein sollte. Dunkeleisenerz, glaube ich, war das. So, was hast du denn für mich, mein Freund? Ach ne, ich muss ja erst der G drücken, um langsam zu laufen. Der ist wahrscheinlich hier reingeschlichen, oder? Was ist daran seltsam? Ich würde mal sagen, er starb durch diese Wölfe. Oder so. Das ist mein Tipp. Okay, hier soll ich also umkehren. Schade eigentlich. Ich habe die Leiche untersucht, jetzt aber nichts weiter gefunden. Hm. Alchemistische Paste. Bäh. Das Wort Paste mag ich irgendwie nie. Meint ihr vielleicht den Schatz der Banditen, den ich bereits als Quest habe? Weil das wäre ja so ziemlich auf demselben Weg. Das würde irgendwie Sinn machen. Aber es ist bereits ausgegraut, ne? Von daher. Achso, ein Versteck voller kostbarer Waren. Darum geht's. Aber sobald es ausgegraut ist, habe ich es besucht und abgeschlossen, sozusagen. Das ist gut zu wissen. Okay. Dann gehen wir weiter. Man hat wirklich das Gefühl, eine Welt zu erkunden. Sich richtig frei bewegen zu können und eine Menge Sachen zu finden. Ich finde sowas großartig. Ich liebe das ja. Diese roten kleinen Pfeile irritieren mich nur immer. Ich frage mich immer, was das repräsentieren soll. Ein Deserteur. Ah, endlich mal was für ein Stahlschwert. Und ich würde mal sagen... Uuuuh. Den haben wir schnell geköpft. Okay. Das war einfach. Ach, gib mir dein Kram. Ich brauche mal ein bisschen was zum Verkaufen. So. Ein paar Gegenstände gibt es hier doch. Aureen. Aureen reicht mir nicht. Da geht noch mehr. Schnur. Oh. Okay. Ich liebe es, wie viel man hier looten kann. Und mein Platz ist immer noch mehr als genug. Nur bald sollte ich wahrscheinlich doch endlich mal wieder in die Stadt gehen und ein bisschen was reparieren. Und vor allem verkaufen. Oder zu anderen Gegenständen umwandeln wenigstens. Eins von beiden halt, ne? Ach, da haben wir wieder so ein Wespennest. Da wurde mir ja schon gesagt, dass ich die mit Igni verbrennen kann. Und dann kann ich da wohl was raus looten, hä? Ah, das macht irgendwie Sinn. Ja. Weil es verbrennt. Honigwabe. Okay. Ich tippe mal, Honigwaben kann man gut verzehren, oder? Ja. Regeneriert Vitalität. Wusste ich's doch. Sehr gut. Dort haben wir noch mehr Deserteure, nehme ich mal an. Ich seh's schon auf der Karte. Fist-Tech. Fist-Tech-Händler seid ihr also. So, so. Äh, man muss dazu wissen, dass... ...Geralt nicht viel von Fist-Tech-Händlern hält. Na, Drogenhändler, ne? Das ist quasi das Heroin dieser Gegend. Das sind alles Kackschwerter, die ich alles sowieso nur verkaufe. Kleine Igni-Glüfe. Wird in einer freien Fassung eines äußeren Gegenstandes platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Noch habe ich jedoch kein Schwert aktiv, welches ich upgraden kann. Obwohl, die hier haben alle schon solche Dinger, ne? Genau, Tatsache. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, beim Vergleichen der Waffen. Macht ja schon was her. Aber egal, derzeit noch nicht. Hallo, Jungs! Oh, shit! Schützen sind nervig. Uhuhuhu! Vielleicht man sie einfach mal köpft, ne? Herrlich. Ja, einfach pariert. Okay, der Anführer hat aber auch ein bisschen mehr Leben. Okay, der hat ne Menge Leben. Ich glaube, da muss ich aber ordentlich reinpfeifen. Ah, gegen den Schild ist er gut gef... Gegen meinen Igni ist er gut gewappnet. Respekt. Na dann eben doch lieber parieren. Genau. Aber mich trifft er nicht? Niemals. Dafür sorge ich schon. Aber das war gerade zu weit weg. Sein Schild ist weg. Ah, das war's. Okay. Ohne Schild bist du auch nicht mehr viel wert, mein Freund. Ein Schinkenbrötchen. Besser als nichts. Was hat denn da ein Führer? Belinder Langschwert. Ja. Seide. Ich glaube, wir können das Schwert wieder wegstecken. Fläschchen und Brot. Hier in der Jägerhose. Die Tausendste. Schickes Gemälde. Hm. Können wir wohl leider nicht mitnehmen und verkaufen. Maribora Schwert. Ich würde mal sagen, die Quest ist abgeschlossen. Oh ja. Sehr gut. Das war also das Maribora Schwert, war meine Belohnung. Der Schaden ist geringer, sogar deutlich geringer. Minus 6 DPS. Dafür Adnalin gewinnen. Und noch mehr Crit-Bonus. Die Igni-Zeichenintensität könnte ich über eine Rune wieder ausgleichen. Fast zumindest. Aber ich weiß nicht. Nee. Nee. Doch nicht gut genug. Ja, ich sollte bald verkaufen. Okay. Manchmal können Truhen also auch leer sein. Gut zu wissen. Wohin gehen wir als nächstes? Es gibt noch Fragezeichen, die noch offen sind. Gehen wir doch mal hier hin. Aber ich gehe erstmal in die Richtung, weil dort ist eine Weggabelung. Und kann gut sein, dass dort wieder ein Schnellreisepunkt ist. Für später. Vielleicht ganz nützlich. Der Reis. Ja, hier ist auch alles ziemlich befestigt. Okay. Hier ist halt eine Mauer. Die Kicherbrücke. Ah, siehste. Ich habe eine Markierung bekommen. Sag ich doch. Kann ich hier einfach durchlaufen? Ah, er hat es geöffnet. Na siehste. Easy. Ich dachte erst, ich muss jetzt irgendwie erst eine Wache finden oder so. Aber nee. Das ist einfach nur... Für eine angreifende Armee ist eine Brücke, eine kleine Brücke immer ein Knotenpunkt. Das heißt ja nichts, Gerai. Das müsstest du gerade wissen. Einfach angreifen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Oh, shit. Essen. Ja, das war ich zurück schnell genug. Diesmal nicht. Das war knapp. Da haben wir aber noch einen von diesen Fieslingen. Komm her. Oh, du magst Feuer nicht. Das tut mir aber nicht leid. So. Erledigt. Und ein Ort der Macht. Wird ja immer besser. Und ich weiß, dort hinten muss ich wieder was kaputt machen. Aber eins nach dem anderen. Hier gibt es nämlich noch einiges zu looten. Bei den ganzen Toten auch. Was sagt mein Inventar? 54. Ja, ich sollte hier nach glaube ich am besten direkt zu einem Händler gehen. Mann, wie viel ich hier finde. Der ist nicht... Überlastet. Ah. Kannst du weder rennen noch sprinten. Das Symbol zeigt an, dass du überlastet bist. Okay. Und da stand eben was von Satteltaschen deines Pferdes. Davon habe ich auch schon gehört. Dass die Satteltaschen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sind, um das ein bisschen zu verbessern. Hm. Magie. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Definitiv. Na dann zerstören wir doch mal dieses schöne Monsterlager hier. Öle, Bomben und Tränken werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller deiner optimistischen Gegenstände verwendet. Nice. Das klingt doch eigentlich genau richtig. Ah, ich kann ja nicht sprinten. Stimmt ja. Tada. Goldener Rubinring und ein paar Schädel. Upsala. Oh, das war gerade Skype. Da hat er wohl den Klick registriert. Alkohol-Knochenmark. Lecker. Ich glaube, die Schädel kann ich eher hier lassen, oder? Ich glaube schon. Aber cool zu wissen, was ich beim Medizieren einfach das wieder aufwerten oder wieder auffüllen kann. Coole Idee. Und noch ein Fertigkeitspunkt. Jetzt rappelt es aber auch. Immer, immer mehr. Okay. So. Ich habe zwei Plätze. Leider immer noch keine Mutergene. Schade drum. Dann mache ich doch einfach die schnellen Angriffe noch stärker. Weil bis jetzt kommen die ziemlich gut, würde ich behaupten. Und sie werden mit meinen Waffen auch nur stärker. Übrigens mag ich sehr die beiden Scheiden für seine Schwerter. Es sind nur stinknormale. Aber das linke wiederum, das für Stahlschwerte, hat meiner Meinung nach schon eine Menge Stil. Obwohl es nichts Besonderes ist. Mal gucken, ob ich eine Schnellreise machen kann, während ich überlastet bin. Finden wir das raus? Äh, ein... Dann müssen wir hier hin. Du musst eine Schnellreisekreuzung finden. Ah! Ich kann also nur von einem Punkt... Einem Schnellreisepunkt zum nächsten. Jetzt verstehe ich. Aber ich glaube, ich werfe am besten einfach mal irgendwas, was nicht ganz so viel wert ist, weg. Ich habe bestimmt irgendwas, was nicht ganz so viel wert ist. Hier. Wegwerfen. Siehste, reicht schon. Perfekt. So. Also geht es nur von einem Schnellreisepunkt zum nächsten. Gut zu wissen. Kam nur noch ein Fies zurück. War letztes Mal bei dem einen Punkt ja auch. Tatsache. Und irgendwie habe ich ja dann erst die XP bekommen für den Ort. So war das ja, ne? Ja, siehste. Okay, ich muss also immer nach dem Töten eines Mordes... ...monster Hordes immer noch ein bisschen, ein Momentchen warten. Und dann gibt es noch ein paar mehr XP für das wirkliche Zerstören dieses Nestes. Cool. Was zeigt mir die weiße Linie eigentlich an? Den offiziellen Pfad? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war dumm. Ja. Da war ja auch nur eine leicht sichtbare Brücke. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja eigentlich diesen nervösen F5-Finger. Aber okay, ich muss das Fiege nochmal töten. Halt die Klappe. Ah ah. Stirb einfach. Dankeschön. Okay, dann gehen wir diesmal den richtigen Weg entlang zur Brücke. Ne? Dafür gibt es hier eine Brücke. Und jetzt weiß ich auch, warum es sie gibt. Aber da kann man wirklich exzellent eigentlich Feinde abwehren an dieser Stelle, ne? Eigentlich ziemlich gut. So. Halt, da war doch schon die Weggabelung. Ach. Ich trottel. Man erreicht manche Dinge so schnell, dass ich es direkt wieder vergesse. Halt, geht mal weg. Danke. Sie sind auch relativ unauffällig, was ich auch angenehm finde. Jetzt möchte ich nämlich schnell reisen zum Zurenilf-Gardischen Garnisonen. Dort mal wieder ein paar Sachen verkaufen und vor allem auch auseinanderlegen lassen. Aber sehr cool. Das Spiel beschleunigt sich. Oder die Zeit vergeht bei einer Schnellreise. Finde ich nur logisch und gut gemacht. Ah, diese Sonne. Das Wetter ist fantastisch. Und ja, ich merke wirklich, die Performance ist nochmal deutlich besser geworden jetzt. Mit dem neueren Patch. Also, ich merke noch ordentlichen Unterschied. Willst du spionieren oder feilschen? Geht da schon wieder los. Zeig mir deine Waren. Hast du denn diesen einen Staub, den ich brauche? Welcher war das nochmal? Der grüne, genau. Das magt Staub. Was zum Teufel. 571 kostet mich das 801 oder was jetzt? Ne. 571. Wie viel Geld habe ich denn? Nicht genügend Münzen. Okay, da muss ich erstmal ein bisschen was verticken. Okay. Äh, Handwerk reparieren. Mein Silberschwert kannst du gerne reparieren. Ja. Und du kannst auch reparieren. Das ist das, was ich benutze, oder? Ne. Doch. Doch, doch. Meine beiden, die ich benutze, sind ganz oben immer. Finde ich auch gut so. Ja. Das hier ist meine... Ne, das sind seine Münzen. Genau. An welcher Stelle sehe ich denn, wie viel Münzen ich habe? Das finde ich ein bisschen irritierend. Chlorenen, Aurenen, ja, ist klar. Wird mir ja nirgendwie angezeigt, kann das? Moment mal. Ach, da oben, stimmt ja. Ach, ich Idiot. Ganz oben. Ich vergesse dich ja. Okay, aber die sind alle ein bisschen doch was wert. Ähm... Nein. Oh Gott, was habe ich gerade verkauft? Ich glaube, das ist völlig falsch. Scheiße. Vikovarische Klinge. All meine Klingen waren schlechter. Ich kann auch mit den Pfeiltasten da rein. Okay, finde ich gut. Alle Schwerter, wie gesagt, waren schlechter als meine. Deswegen kann ich alle verkaufen. Auch die Rüstung, mit denen waren alle schlechter. Sieht bei den Hosen aus. 2, 2, 3. Genau dasselbe. Okay. 2, 2, 3. Wieder genau dasselbe. Nur mehr wert als meine. Äh, ich meine, besser haltbar. Naja, jetzt ist es zu spät. Nein, 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 nein. Okay. Was kann er, was will er denn sonst noch für mir kaufen? Nicht so viel, ne? Ich kann mal bei dem Plunder gucken, was er davon haben will. Den Schlüssel mit himerischer Lilie behalte ich mal lieber. Das hier könnte ich sehr gewinnbringend verkaufen oder zerlegen. Ähm, was kommt denn da raus? Silber und Bernstein. Bestimmt ist der Bernstein ordentlich was wert. Und aus dem Ring Goldklumpen und Rubinen. Aber ich brauche derzeit doch endlich mal ein bisschen Geld, wenn ich ehrlich bin. Hast du irgendwie auch ein paar Schemata, Handwerksdinger oder so, Handwerksrezepte? Weil ich möchte diesen Staub gerne selber herstellen können, den Smaragdstaub. Warte mal, vielleicht wird das aus irgendwas zerlegt. Stimmt. Gehen wir mal lieber mit den Tasten hier durch, das geht doch ein bisschen schneller. Elfen Schmiedewerkzeug wird daraus gemacht, okay. Gehärtetes Holz und Seil, okay. Eisenherz und Faser, das dürfte auf jeden Fall mehr wert sein als das Rasiermesser an sich. Das sind... Gehärtetes Holz. Ah, nee, nee, das halten wir lieber. Das müsste ich sonst später selber herstellen. Rubinstaub. Achso, ich bräuchte wahrscheinlich ein Smaragden, dann kann ich daraus Smaragdstaub machen. Ich habe wahrscheinlich kein Smaragd rein zufällig rumliegen. Pulverisiertes Monstergewebe. Und was war es vorher? Geisterstaub. Ah. Okay. Ich habe so viel Kram eigentlich, ne? Aber ich glaube, aus nichts von dem, was ich habe, wird das, was ich will. Nee. Ärgerlich. Dann reparier mal alles, was ich gerade trage, genau. So viel es mich auch kosten mag, das ist halt wichtig. Edles Silbererz. Dazu brauche ich fünfmal Silber, dann habe ich edles Silbererz. Okay. Leinen, Meteoritenbarren, Schnur. Machst du auch Swirn, das kennen wir ja alle schon. Wozu ich dieses Heft herstellen kann, verstehe ich immer noch nicht. Für das Vipern-Silbernschwert brauche ich halt, wie gesagt, einen Silberbarren und Smaragdstaub. Das Schwert ist aber auch gut und vor allem gehört zu dem Set. Das ist die Hexerausrüstung. Dürfte ziemlich nice sein. Bestimmt ist deswegen grün, wie in anderen Rollenspielen, ein Z-Gegenstand. Benötigt vor allem trotzdem nur Stufe 1, deswegen... Viper-Silber-Schwert. Ah, ich will das Ding haben. Deswegen, ähm, Silberbarren. Silberbarren. Zutaten fehlen. Dafür brauche ich fünf Silber. Okay. Ich brauche alles an Silber, was ich gerade zusammenkriegen kann. Aber nicht aus dem hier, der ist zu wertvoll. Silbererzen, immerhin. Das ist mein erstes Stück Silbererz. Scheint so. Hat irgendwas noch Silber? Oh. Sieht jetzt irgendwie schlecht aus. Man kann ja mal Glück haben, ne? Aber diesmal nicht. Natürlich nicht. Aber warte mal, wie viel Erz habe ich denn? Ähm, Silbererz. Warte mal. Silber, 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 Silber. Ich brauche normale Silberbarren. Und dafür brauche ich Silber, nicht Silbererz. Okay. Einen Barren habe ich. Und aus einem Barren wird... Ein Silbererz. Ehrlich? Echt, nur ein Silbererz ist ja mies. Ah ne, warte mal. Stimmt, ich brauche ja Silber... Oh nein, den Barren brauche ich doch. Ich Idiot. Den Barren brauche ich dir. Ich muss das... So rum musste ich das machen. Das kostet mich jetzt im Endeffekt nur mehr. Oder habe ich jetzt einen Barren weniger? Warte mal, jetzt bin ich total durcheinander. Jetzt bin ich total durcheinander. Ähm... Jetzt habe ich keinen Silberbarren mehr. Weil ich den einen zerlegt habe, ich Idiot. Genau, falsch rum. Ach ja, ich habe tatsächlich einen Barren verloren. Das war ziemlich dumm. Und das kostet mich wahrscheinlich eine Menge. Hier, das wird direkt noch ein bisschen Silber, aber auch nur ein Stück. Ne, lassen wir es mal. Wie viel kostet mich denn Silber? Silberbarren hast du gar nicht direkt, oder? Stahlbarren, Eisenbarren... Er verkauft Silber. 18 das Stück. Wie viel hat er? 5. Irgendwo muss mein Geld ja hingehen, ne? Denke ich mir gerade so drüber nach. Oh, wohin muss ich das hier investieren? Schade, dass er keine Silberbarren an sich hat. So, nur Silber... Silber. Hm. Ach, was soll's. So, jetzt wieder Handwerk. Jetzt kannst du wenigstens wieder einen Barren herstellen. Immerhin. Ach, kostet mich das viel. Das war so unnötig. Jetzt brauche ich wiederum trotzdem immer noch mehr Silber. Und den Marktstaub für 571 kann ich mir nicht mal ansatzweise leisten. Das ist auch einer der teuersten Sorten, ne? Nur Diamantstaub ist teurer. Wahnsinn. Zerriebene was? Zerriebene Perle. Okay. Gibt's sonst irgendwas, was ich herstellen will eigentlich? Von den Schwerten her. Warte mal. Das dorische Schwert ist natürlich auch gut. Mehr Schaden. Zeichen. Es hat einfach nur das. Keine extra Boni. Das ist ja doof. Ne, das ist ein doofes Schwert. Das brauche ich nicht. Nö, und sonst brauche ich keinen von den Gegenständen. Also, wie man merkt, für die explosiven Bolzen braucht man eine Menge. Benötigte Stufe 19. Ach, okay, okay, okay. Verstanden. Das dauert noch ein wenig. Obwohl, wartet mal. Da fällt mir ein. Ich hatte noch ein paar mehr, um daran zu verticken. Und zwar hatte ich ja noch hier den Plunder. Den goldenen Rubinring. Kannste haben. Und die Bernstein-Kette ist auch so viel wert. Kannste haben. Gut. Wann soll das reichen? Bis dann. Gut, wo gehe ich jetzt mal hin? Die Folge ist nicht mehr lang. Etwas, wo ich relativ schnell hinkomme am besten, also. Die Bestie von Weißgarten. Da komme ich wohl von der Klagebrücke am schnellsten hin. Ach ja. Ja, ja, ja. Ich muss also erst wieder hier runter. Die Treppe runter. Er lässt mich vorbei. Danke. Hä? Warte mal. Wo war diese Treppe nochmal nach unten? Ach ja. Natürlich. Wo sonst? Das heißt hier Halt. Darf hin, wo ich will. Das ist der Vorteil des Hexers. Neutral und zwischen den Stühlen. Darf machen, was er will. Ich will nicht wissen. Er mit seinen komischen Fragen immer hier. Ein Muttergen passt besser, wenn er farblich zu meinen Fertigkeiten passt. Dann macht er mehr. Okay. Gut zu wissen. Leute, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt der Mann. Ach ja, natürlich. Ich könnte nebenbei auch einfach meine Schwerter mal wieder verbessern. Weil ich habe so ein Gefühl, dass, ähm, dieser Jäger mich darin einweist, dass ich mir hier Dingenskirchen meine, äh, dass ich eine Armbrust kriege. Auf irgendwie. Das sagt mir so mein Gefühl. Für diesen Zwerg muss ich auch noch eine Quest erledigen. Ich weiß. Aber erst mal mache ich hier ein bisschen weiter. Suchen wir doch mal diesen Jäger. Ist das dein Haus? Ach, na dann. Ist ja um die Ecke. Ha? Ach so, nur eine Spur. Okay. Kein Blut also. Aber wenn er gerade nicht da ist... Ah, okay. So viel dazu. Noch mehr Fußspuren. Stück für Stück den Dingern folgen. Hey, Miss Love, na? Seltsames Argument. Wieso gefährlicher als Wölfe? Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Wie immer ein unglaublich positiv stimmendes Gespräch zwischen zwei Leuten in der Welt von Geralt. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Habe ich kein Problem mit. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Na gut. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel zu spät. Noch ein Angriff. Okay. Oh. Das war ein guter Schuss, mein Freund. Das Verbrennen ging mal total in die Hose. Aber ich find's gut, dass er mit den richtigen Schwüngen auch mehrere Gegner auf einmal trifft. Das find ich sehr gut gemacht, ehrlich gesagt. Das war's schon. Aber verdammt, sind das hässliche Hunde. Das sind mal eklige, wilde Hunde. Sehen die immer so widerlich aus? Oder sehen die jetzt nur so schlimm aus, weil ich sie gerade zerrissen habe. Mit meinen Schwertern. Damn. Nicht schön. Oh, damn. Den haben sie. Oh, fuck. An dem hatten sie ihren Spaß. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche. Ich Jäger. Aber das war bevor. Jedenfalls ist es lang mehr her. Hm. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Hm. Tut mir leid. Ich möchte nicht drüber reden. Ich wollte gerade sagen, wenn jemand auch ein Sonderling ist und mit jemandem reden kann darüber, dann wohl Geralt. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Toll. Wenn es Lykantropie ist, kann ich helfen. Ja, okay. Was? Lykantropie. Wehrwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch. Der... Florian, der Sohn des Herrn und ich, liebten uns. Ah. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. What? Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Aber in dieser Welt hier dürfte wahrscheinlich Homosexualität nicht gerade so angesehen sein. Hm. Wenn selbst nützliche Anderlinge wie Hexer hier so verschwert sind, dann denke ich mal, haben Schwule hier ein sehr, 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 sehr schweres Problem. Es tut mir leid. Ach. Ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Ich bin trotzdem der Meinung, so ein bisschen Anteilnahme hat noch nie geschadet. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Okay. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen durch den Wald stürmen, wenn wir ehrlich sein sollen, oder? Aber ich finde es cool gemacht, dass sie einem immer einen Schritt voraus sind, die NPCs. So ist der Spielfluss nie unterbrochen. Generell, der Spielfluss ist fantastisch. Okay, ich habe es gefunden. Nichts zu trauern, sie waren Nilfgaarder? Hm. Das ist nicht so richtig neutral für Geralt, meiner Meinung nach. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Richtig. Hoffentlich hast du recht. Jetzt weiht man's heil. Ja, vielen Dank. Die Bestie von Weißgarten. Ja, diesen Ort muss ich untersuchen. Doch was werden wir hier alles an diesem Kampfschauplatz finden? Erfahren wir es beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Ich kam, ich sah, ich spielte.